Shusul und herzlich willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Baufolge. Heute geht es weiter mit unserem, ja, unserer Kindertagesstätte, unserem Haus, unserer Kindertagesstätte. Und ich wollte mich heute eigentlich um diesen oberen Bereich hier kümmern. Wenn ich jetzt nicht gerade hören würde, dass mein Headset den Geist fast aufgibt und ich jetzt einen Stecker reinstecken muss und es ist immer so schwierig, finde, das Loch zu finden, ohne das ganze Herzen abzunehmen, aber ich habe es schon. So. Ach, okay. Also. Ziel ist heute dieser wundervolle obere Bereich hier. Und ich habe noch keine richtige Idee. Also schon habe ich eine Idee, aber halt nicht so richtig. Da kommt... Da kommen zwei Toiletten hin, würde ich sagen. Eine Jungs- und eine Mädels-Toilette. Und... Ja. Genau. Und hier kommt ein Schlafraum hin. Da... Wir könnten vielleicht noch so... So... Machen wir das vielleicht so. Dann kommt da der Schlafraum hin. Der Slaa-Raum. Genau. Moment, wir könnten die auch noch gleich groß machen. Entweder, wir wollen ja keine Diskriminierungsvorwürfe oder so. Moment. Die Mädchen haben aber ein größeres Bad. Äh. Nein. Nein, nein, nein. Genau. So. Dann wird das unser Schlafraum. Also Schlafzimmer. Naja, Schlafzimmer. War nicht aber halb der Schlafraum für die Kiddies, die müde sind. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Da würde ich den hier nehmen. Das passt ganz gut. Das sieht so... ...dunkel aus. Ähm. Doch. Die Farben gefallen mir auch gut. Und jetzt hängen wir hier überall Vorhänge dran. Hm. Beziehungsweise wie wir es erstmal mit einem Boden... ...und da würde ich gerne den... ...oh, Birkenboden nehmen. Wir können ja nicht 20 verschiedene Böden nehmen. Okay. Also. Gardinen. 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 Ähm. Die finde ich nicht schlecht. Die können wir hier eigentlich an die großen Fenster machen. Zack. So. Dann haben wir da schon mal Gardinen. Und hier... Ähm. Ja, das ist schwierig, was wir hier machen. Das weiß ich noch nicht. Hm. Vor allem die Gardinen sind alle zu kurz. Egal, welchen man nimmt, weil das halt mittelange... Okay, das Ding ist neu. Hm. Ich muss mal kurz was gucken. Nö. Hat die Hoffnung, vielleicht sind die runden Dächer schon da. Okay. Ähm. Erstmal... ...bb. ...moveobjects on. ...bb. ...moveobjects on. So, jetzt haben wir's. Dann würde ich sagen, dann machen wir's einfach so. Und... Zack. Oh Gott, sind das viele Gardinen. Hilfe. Hilfe, sind das viele Gardinen. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt müssen wir hier überall Betten hinstellen. Können wir die vielleicht... Ja, es reicht, wenn die Gardinen so sind, dann wirkt das schon relativ dunkel. Wetten, wetten, wetten. Okay. Ähm. Dann würde ich auf jeden Fall so eine Autos hier hinstellen. Ich hätte sonst auch keine andere Idee, was wir da sonst hinstellen sollen. Wir stellen hier einfach vier Autos hin oder so. Zwei rosa, ne, und zwei... Zack. So, vielleicht das ändern wir noch in der Farbe. So. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Betten. Und... Wir werden mal alles so verschieben. Jetzt stellen wir hier überall schön zwischen Kissen hin, damit's richtig schön kuschelig aussieht. Oje. Das wird hier so richtig kuschelartig. Zeugseldings da. Bums. Keine Ahnung, was das da so wird. Halt mit sehr vielen Kissen und Ballons. Ähm. Ja. Genau. Okay, da kommen Kissen hin. So. Und jetzt platzieren wir hier drüben auch noch welche. Da. Da. Und... Und... Kissen. Und... 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 Okay. Vielleicht in einer anderen Farbe. Irgendwas... Irgendwas... Schwaches. Den finde ich cool. Den lassen wir, glaube ich. Und jetzt kommt hier noch irgendwie ein Sideboard. Gibt es ein Sideboard. Ne. Okay. Ähm. In einer anderen Farbe vielleicht noch. Hm. Hm. Schwierig. 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 Vielleicht dann doch das hier. Das finde ich nämlich auch gar nicht so hässlich. Und natürlich die Lampen nicht vergessen. Und da nehmen wir jetzt aber diesmal diese wundervollen, ähm... Wolken... Lampen... Dingsels. So. Ich platziere einfach mal ein paar. Soll ja so richtig wolkig sein. Und... Zack. Und... Zack. So. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar... Ja. Wolken. Wolkige Aussichten. Ich weiß auch nicht. Okay. Aber das Zimmer ist doch noch ein bisschen leer. Und hier fehlt auch noch eine Tür. Hm. Gucken wir mal nach der Tür. Ich würde sagen, vielleicht die... Oh, die ist... Okay. Ja, nee. Oh. Eine Regenbogentür. Nee, mir ist das ein bisschen zu stark. Die finde ich gut. Doch. Die finde ich gut, die Tür. Lina. Das passt von der Farbe auf jeden Fall. Wenn wir jetzt hier noch so ein bisschen... Stuff... Stuffzeug hinstellen. Also wenn wir hier noch so ein bisschen... Ja... Kleine Sitzbänke und so hinstellen, dann passt das. Auf jeden Fall. Ich bin schon ganz glücklich. So. Und so. So. Oh je. Wir schummeln jetzt mal hier ein bisschen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Oder? Hier so ein paar Kissen. Das sieht auf jeden Fall nicht hässlich aus. Ich verlege gerade. Hier können wir jetzt ja noch drüber so ein Bild hängen. Vielleicht... Frösche. Und... Oh Gott. Und vielleicht auch noch ein paar Blümchen hier an die Wand. Na ja, die Farbe müssen wir vielleicht noch ein bisschen ändern. Zack. Und zack. Und zack. So. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Und natürlich überall die Bäume. So viele Bäume. So. Und... Wer darf nicht vergessen werden? Natürlich ist der Ballon. Schneeflocken. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Also ich bin richtig überzeugt. Da ist ein Baum am Fenster. Und... Äh... Da ist auch ein Baum am Fenster. So. Dann haben wir es glaube ich erst mal geschafft. Ich will gerade nochmal... Dies hier, das hier, das hier, das hier. Das hier. Das da. So. Oh. Das sieht schon richtig cool aus. Also jetzt könnte ich mir langsam vorziehen hier auch zu übernachten als kleines Kind. Ähm. Vorher noch nicht so, aber... Jetzt, wo das alles Form annimmt, sehen wir ja vielleicht noch. Zack. Und in die Ecke kann auch noch eine Kleinigkeit. Vielleicht wirklich so ein Teddy. Ähm. Ein Teddy. Kein riesiger Tintenfisch. So. Und ein Horn. Ein Einhorn. Das sieht auf jeden Fall schon gar nicht so hässlich aus. Ein Einhorn. Und eine winzige Spieltruhe. Oh Gott. So. Ich glaube, das ist dann erst mal in Ordnung. Mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Ich stehe jetzt hier nochmal ein paar Kleinigkeiten aufs Board drauf. Zack. Und das ist das Gepiepe von meinem Timer. Wir sind schon wieder so zeitlich drinnen. Oh je. Oh. So einen kleinen Tabaluga. Den stelle ich ja auch noch hin. So. Jetzt bin ich ganz glücklich. Vielleicht die Farbe noch? Ja. Können wir. Dann machen wir die mal blau. Aber eher dunkelblau. So. Dann sind wir aber erst mal wieder am Ende angekommen. Mir gefällt es auf jeden Fall schon ganz gut, was wir haben. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder vorbei. Wenn es dann darum geht, den Flur hier unter die Badezimmer zu machen. Also nicht morgen, aber das nächste Mal, wenn es halt weiter geht. Und mir fehlt hier gerade so ein bisschen noch ein Bild. Aber so. Okay. Ja. Aber damit sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Also. Ciao, ciao. 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 Ciao.